Hallo und herzlich willkommen zu Let's Marvin Rockt und Patrick Richter auf die Fresse bei Black Ops 2. Hallo, ihr... Ihr... Menschen. Ihr Menschen, genau. Menschen! Ich hab gedacht, wir mal Hunde gucken unsere Videos. Warum lachst du so? Weil der Witz so schlecht war. Das war kein Witz. Turbine, unbedingt! Kannst du mal ganz schnell vergessen. Aber ganz, ganz schnell. Na, kannst du dich schon mal in Zukunft, äh, kannst dich darüber freuen, wenn wir dann Borderlands haben, müssen wir nicht immer eine Doppelfolge machen. In Black Ops. Vorsichtig. Rufen soll sich auch Borderlands 2 kaufen. Ne, ich glaub nicht. Wieso nicht? Der hat nicht so viel Geld. Aber 60 Euro ist auch nicht gerade wenig, wenn wir mal ehrlich sind. Und er darf es nicht kaufen. Der hätte auch Black Ops 2 im Battlefield. Ja, super. Und er darf es jetzt nicht kaufen, weil... Du bist dumm. Rufen ist ein Spaß, der hat nie Zeit, ey. Ja, kein Plan, was da jetzt in... Erst war er krank, und dann war er auf Stufenfahrt, und dann ist er Homo... Hab ich dir gut gebrochen! Was? Prima. Okay, dann join mir nochmal. Join mir! Hab ich dann zum Haus, zum... Aber wir sind noch, wir sind noch. Nein. Nein, du bist rausgeflogen. Ich wollte gerade mit dir raus, ging nicht. Das ist COD, COD, ich bin COD, ich bin scheiße, ich bin scheiße. Von Tag zu Tag werden die Server schlechter. Ne? Ne. Wie Patrick. Wie Patrick. Du bist so verschwiegen heute, was ist los? Wie geht Black Ops 2 schon am Sack, ey. Was war denn, was ist denn dein Lieblings-COD bis jetzt gewesen? MW2. Nein, MW1, MW1. Okay, MW1 habe ich nie gesehen, wenn ich ehrlich bin. Spass dich. Super, wo, was ist das rausgekommen? Wie alt war ich da, A10? Hm. Kann sein. Siehste, da habe ich da noch nicht so dran gedacht, tut mir leid. Ja, da war ich 17 oder was? Ja, ist das. Also MW2 kenne ich wohl gut. Ja, das ist gut, aber... Da warst du 11. Nein, da warst du 12. Ja, 12 wahrscheinlich. Aber das kenne ich jetzt von anderen Let's Plays. Speed Speed, MW2, Lieblings-Game von denen und so. Da gucke ich gerne rein, die Battles, die Battles, finde ich ziemlich geil. Hä, wo sind die? So wie ich da irgendwo der Guide Finger... Alter, dann gucke ich da auf die Karte weiter. Ich bin doch mal auch dumm, aber dann gucke ich auf die Karte, wenn... Peacemaker. Mich ermüdet diese Spiele schon, foray. Ermüdet? Bin hellbar. Er ist erledigt. Ich kann es nicht mehr sehen, ey. Ich könnte ihn kotzen und ich spielen muss. Ja, du musst dein Bild ins Skype wirklich auch mal was kotzen. Ich bin jetzt... Ich bin heute echt gut, ey. Wir sollen weiter Backups spielen. Du kannst mir im Sack gelutschen, dann geh ich schlafen. Nein, genau, dann musst du natürlich die Drohne zünden, du. Ich bin Homo-Kind und muss mit so einer Scheiß-Waffe spielen, die überhaupt kein Skill bedarf. Ich hab 05, ey, mir geht das Spiel so auf den Sack. So auf den Sack, Mann. Ich hab das nicht mehr, ne? So. Ich bin doch richtig gut, ey, meine Fresse, also... Wenn ich mich dazu mit anderen Tagen vergleiche, und ich hab einfach nur Luck gerade, kann natürlich auch sagen. Just Luck. Ah, scheinlich. Loh, ja sicher. Wird schon links down sein müssen. Alter, ja, geni... Fick dich einfach mal. Manchmal ist es echt unlogisch, ey. Wofür krieg ich den ganzen Hitmarker? Das ist doch scheiße. Deine Mutter, Homo. Deine Modomo. Ja, sicher. Hab ich so einen Lackawurf gerade mal? Scheiße, ne, da konnte ich nicht mehr ausweisen. Ich hab 2,8. Schön, ne? Äh, ja, definier es schön. Deine Modo. Da hab ich bestimmt. Ach, verkackte Scheiße, was war hinter mir? Warum hast du mir nicht in Acht geschützt, du Hure? Elendiger Patrick. Weil ich nur, so, gar nicht spielen will. Ich konzentrier mich nicht aufs Spiel. Weil du nur so gar nicht spielen willst. Nee, Brian gab's 2, ermüdet mich schon so, ey. Schon so, wie, wie du mit ner, wenn du ne Frau hast, mit der bis so 40 Jahre verheiratet. So ermüdend ist das für mich. Und das dann paar Monate. Alter, die Dürken, die sind ja alles Dürkenfotzen, ey. Alles Dürkenfotzen. Ich würde euch beleidigt, wenn ihr das seht. Scheiße, geil. Die sind Dürkenfotzen, ey. Ihr könnt mich als Nazi beschädigen. Oh, nein. Ach, wie viel Pech hab ich denn nicht gerade, ey. Fickt euch doch. Patrick, Patrick, Patrick. Patrick. Ja, du Halid. Du scheißkanackenschweinefresser. Ihr dürft ja keine Schweine fressen, aber Schweine seid. Ey, fickt euch. Wenn ihr Schweine essen würdet, wärt ihr keine Waren, Junge. Alter. Ja, sicher, er hat eine Schrotflinte. Ja, ist so. Oh, mein Gott. Dann setzt sich dem richtig eine rein. Da hat er eine Schrotflinte. Wie ist die... Lol, schon wieder Schrotflinte. Als haben die einfach keinen Skill mehr jetzt gerade, oder was, ey. Müssen sie so richtig Noobwaffen auspacken, oder wie. Boah, ey. Ja, Halid, du Fotze, ey. Die Scheiße auf deine Flagge, auf deine Mutter, auf deinen Vater, ey. Zock mal ohne deine Bamkan, ey. Dann hast du eh keine Chance. Du Fotze. Waschli im Rasten? Ihr seid... Alle, die da spielen. Alle Türken, die da spielen. Ich rede jetzt nicht von allgemeinen Türken. Ich rede nur von den Türken, die gerade mit mir COD spielen. Ihr seid Schweineficker. Ziegenficker. Ihr fickt alles, außer Frauen. Die Ziegen, die ihr fickt, sind männliche Ziegen, ey. Ihr fickt nur Menschen. Nur Männer und Ziegen. Und so Esel und so einen Dreck. Alter, ey. Lässt euch... Ich lasse es sich sicher vom Stirn ficken. Jetzt bin ich auch mein letzter Abschuss. Fickt euch einfach alle. Aber... Alle. Und guck, wie viel... Dieser Can-Ching-Bomb, ey. Fickt dich, ey. Ich bin so der Sitzmeister, ey. Du bist sicher so ein Deutscher und willst nach Hause. Du denkst an Türkei, was es gar nicht mehr gibt, ey. Das Türkei an, was ihr glaubt, es gibt es schon seit 20 Jahren nicht mehr, ihr Fotzen. Bitte. Beende die Aufnahme, sonst kriege ich Bauchschmerzen. Beenden wir damit die Aufnahme, würde ich sagen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.